Willkommen zurück bei Resident Evil. Sag nicht den ganzen Namen diesmal. Ihr wisst schon, wo ihr seid. Ihr wisst es, wo ihr seid, genau. Ist da hinten einer? Ja. Oh, er hat uns schon gesehen. Warte, ich versuche ihn. Jetzt stehst du bei mir im Weg, dann kann ich nicht. Wow, das hat mich erwischt jetzt. Hilfe! Ich muss jetzt hier kurz hinten bleiben, ich sehe nichts. Ja, wir könnten das heilen, aber wir können auch erwarten. Ist er weg, ist er tot? Ich habe ein paar Mal auf seinen Schwachpunkt geschossen. Da vorne ist etwas, sei vorsichtig. Das ist ein anderer. Ah, okay. Da ist auch noch einer da drüben. Okay. Ich versuche mal die aber abzumurksen, hinterrücks, wenn es geht. Der kommt da rüber, der kommt da. Da vorne ist etwas, sei vorsichtig. Einer kommt, oder? Ja. Wieder zurück, oder kommt der weiter? Der kommt zu mir und ich komme hier nicht weg. Ich denke, ich komme hier nicht weg. Einer kommt von hier, von links. Was? Der wird mich jetzt gleich sehen. Richtig. Der wird mich jetzt gleich sehen. Der ist nicht eher gleich. Kannst du den? Kannst du den? Ja, sauber. Haps! Genau. Danke. Hinter mir ist einer. Ich weiß. Ich brauche einen Stein. Ich kann sonst nichts machen. Wo ist eine Schwachstelle? Hier. Ja. Das Monster! Ich habe hier wieder keinen Stein mehr, verdammt. So. Gut. Aber so verbraucht man einiges an. Hier ist sonst niemand mehr. Alles klar. Na ja, gut geschafft. Ja, ist gut gegangen. Ja. Man verbraucht einiges an Munition allerdings, aber ansonsten ging es. Naja, du hast doch so viel, du hast doch gerade vorhin gemeint. Von der... Von dem Sturmgewehr her. Aber die ist jetzt schon zum guten Teil aufgebraucht. Ich gehe mal wieder auf die Pistole. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier ist das für dich. Ah, bist du schon. Bin schon dabei. Erweiterungstasche für mich? Kann ich mal gucken? Guck mal. Ja, super cool. Ich kann mehr. Kannst du das bei mir abladen? Aha. Wie ist denn das mit dieser Flasche da? Wie kann ich denn die... Wenn du statt dem linken Trigger den linken Button drückst oben? Ja, schon. Aber guck, ich habe nur Ziegel. Ich kann nichts anderes auswählen. Ich habe nur Ziegel. Entschuldigung. Obwohl du auch eine Flasche im Inventar hast. Wenn ich hier nochmal... Ach, die Rauchflasche kannst du immerhin verwenden. Achso, ich kann die andere nicht. Das ist nicht, oder? Ich dachte... Ach, jetzt. Guck. Jetzt kann ich wechseln. Okay. Und mit dem anderen geht es gar nicht, ne? Nee, mit dem anderen geht es... Nimm das weg dann, genau. Dann nehme ich die Rauchflaschen her. Das ist halt... Ja, um sie halt so ein bisschen zu verwirren, dann sehen sie schlecht. Wenn wir wegrennen müssen oder uns anschleichen wollen. Ja. Unten liegt nichts mehr nirgendwo, oder? Kletter ich auch mal hoch. Dann sehen wir vielleicht nochmal was. Wenn wir ein Emblem hier haben in der Halle, das wäre nicht so ungewöhnlich. Das stimmt. Ah, man kann auch so hin und her springen. Mal auch runterspringen. Da oben kann man nicht hin, oder? Da ran springen. Da ist ein Gegner da drüben auf alle Fälle. Ich glaube, hier geht es wieder weiter. Da von da, wo wir gekommen sind, da oben. Hm. Na, ich glaube, hier haben wir es. Okay. Oh. Hier sind wir. Sind wir hier draußen? Da, das kannst du kaputt machen. Ah, bist du verstummig. Okay. Da sind doch diese Schweinehunde gewesen immer, oder? Da waren die Schweinehunde, ja. Ich glaube, die jetzt ein halbes Jahr später auch noch da sind. Vor allem haben sie ja erschossen. Ja, man weiß ja nicht, ob die nicht schon wieder da auftauchen und spawnen oder sowas. Keine Ahnung. Ich gehe zum Spielplatz. Finde ich super. Hier kann ich mich durch. Hihi. Okay. Ah, hier liegt was. Eine leere Flasche habe ich mitgenommen. Okay. Da ist wieder was. Das ist so komisch. Ich verstehe das nicht. Ich kapiere es wirklich nicht. Jetzt. Ich sehe das, aber irgendwas muss man doch damit machen können. Keine Ahnung. Wo ist denn, wenn ich einen Stein hätte, dann würde es ja nicht so viel ausmachen. Dann würde ich wieder draufhauen. Aber da. Kannst du mit dem Messer probieren? Hier. Ja. Genau. Ja, ja. Da sieht einfach nichts. Da sieht gar nichts, ne? Ne. Kann ich auf die Leiter rauf? Ich kann rauf. Na rauf. Ha. Kannst aber nicht rutschen, oder? Ne, noch nicht. Ne. Kannst runterlaufen. Kann runterlaufen. Das ist komisch, aber das ist ganz bestimmt irgendwie sowas, was ich finden kann und ich check halt nicht, wie es geht. Das ist schon extrem komisch. Ne. So. Das kann man nicht wegmachen, ne? Komisch. Man soll es ja zigmal probieren aus verschiedenen Varianten. Vielleicht, wenn wir es mal irgendwann angucken, wie das geht, aber ich check das nicht. Man es verbrennen kann. Verbrennen? Achso. Ne, ne, ne. Mach das nicht, um Gottes. Da ist auch irgendwas, oder? Ne, das ist nur Rost. Sorry. Also, dass man nichts verschwenden, was nicht sein muss, aber... Eigentlich müsste es ja damit reichen, wenn ich drauf deute. Das gibt es ja wohl nicht. Da ist ein Stein. Wieso ist denn hier nichts mehr, was funkelt? Ist ja komisch. Ich sehe nichts mehr. Und das Kraut habe ich. Da. Was? Zu spät. Fuck. Wo ist der Schacht? Das Monster kommt. Stein. Das Monster kommt. Da. Ja. Ja. Sitzt da, siehst du es. Sitzt mal gemütlich da. Okay. Ja, wir haben doch letztes Mal Meura und die Kleidern die Natalia gesehen kurz. Ja. Deswegen meinte sie, glaube ich, auch, sie war da schon mal. Das ist ein Fähnenspiel. Spiele waren sie dann ja auch eine kurze Weile zusammen, bevor sie dann... Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Ja, ist auf dem Boden. Steht schon auf. Okay. Zwei stehen auf vor allem. Das Monster kommt. Wow, da schmeißt irgendwas. Okay, da muss ich... Ah, wie ging das nochmal? Fuck. Musst warten. Na, ich kann auch irgendwas im Evental benutzen, aber ich kann jetzt auf jeden Fall grad nicht. Ich... Äh... Das Monster kommt. Irgendwie verbannt mit ihr. Ich hab das... Ich hab nicht das richtige, okay. Ah. Ich hab ihm eine draufgehauen. Ich hau ein bisschen ab und wechsle auf die... Das Monster kommt. Ich muss bei dir ein bisschen gucken, Katja. Hinter dir. Ich hab... Uh. Was war hier grad? Hier war grad irgendwas mit Stein. Super. Der Wichser da oben schmeißt sowas. Schieß den erstmal ab. Schieß den oben erstmal ab. Schieß den oben erstmal ab. Ich muss mich erstmal heilen. So. Augenblick. Nein. Oh. Seh ich auch nix mehr. Ich lauf grad glaub ich irgendwo dagegen. Ich mach den erstmal los. Mal, der ist hier noch so wenig. Da oben, den Typen müssen wir erstmal loswerden. Wo ich ein Verbandszeug nutze. Oh oh. Der schmeißt immer so Viecher runter. Nimm das Scharfschützengewehr und knall ihn ab. So. 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 Da scheiß ich so dir in die Leichenteile oder so, ne? Ich... Ich kann das nicht mal anfixen irgendwie. Au, wir haben mich da getroffen. Der Sack. Die muss mal loswerden da oben. Nimm doch dein Scharfschützengewehr. Du kennst mich doch nicht. Au. Ja. Warum trifft der mich denn? Ich mach jetzt mal nix, weil ich kann eh nix machen da unten. Wie beim Stein. Wir müssen einmal kurz... Oh, ich breche noch ein bisschen aus. Ich kann den nämlich nicht. Der hat gerade geworfen, als er gerade geworfen. Ich hab mich schon ein paar Mal ganz gut getroffen. Ich hab mich schon ein paar Mal ganz gut getroffen. Ich hab mich schon ein paar Mal ganz gut getroffen. Mhm. Ja. Ja. Hahaha. So, hier unten ist jetzt nichts mehr. Da musst du mit dem Licht gucken. Ich seh keinen Funkeln mehr. Ich bin zu blind dafür anfeindend. Toll ist, dass du eben jetzt ein Scharfschützengewehrst. Dann kannst du ja da so herum gucken. Ja, ich hab vier Schuss halt. Ist wahnsinnig viel. Ach so. Ich kann gleich nicht so oft damit rumpallern, aber... Das war ja wohl jetzt mal nöt...notwendig. Hier ist ganz schön dunkel. Uh! Moment, da sind Gegner? Das sind unsichtbare Gegner in der Nähe oder so. Dann wird's mal so... Die Licht so schummrig bei mir. Na, da vorne kann ich zwar durch. Ich geh da jetzt nicht durch sofort noch. So, also guck mal rein. Sag mir, was ich wo... Ja, ich geh mal erstmal hinterher. Bei mir ist es nämlich auch schwummrig. Nicht nur bei dir. Da kommen wir aber nicht durch, oder? Da kann man nichts machen, ne? Das heißt, ich muss da wirklich durch. Oh Gott. Da vorne ist dieses Loch, wo ich durch muss. Die Kiste kann ich tief verschieben. Das kann ich noch mal probieren eben. Ach, du kannst doch durch. Du kannst auch durch. Ich kann hier durch. Ich kann hier drüber klettern. Hier geht's irgendwo lang. Wo bist du denn hin? Ich will dich ja nicht alleine lassen, oh Gott. Oh mein Gott. Hier ist ganz schön dunkel. Wo bist du denn hin? Hier rein. Dann geh ich ja außen rum, okay. Dann doch. Hier rein. Ich mach hier die Tür auf. Ich mach hier die Tür auf. Hier ist aber kein Geg... Nein! 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 Ich sollte nicht weitergehen. Ohne dich will ich hier nicht weitergehen. Hier geht's die Tür auf. Ich bin blöd. Ich bin da tatsächlich runtergegangen, ich depp. Und da ist ein Gegner. Hier reingefallen? Ja. Ach, Hase. Ja. Das ist doch blöd. Ja, ich weiß. Hier ist auch ein Gegner. Ja, ich komm runter. Hilft dir nichts. Da vorne. Es kommt näher. Soll ich einen Stein draufwerfen? Oder warte, es ist weggegangen. Wir müssen uns wieder hochkämpfen. Jetzt hat er dich gesehen. Da ist er. Ich kann noch nicht schießen drauf. Hä, ist der? Ist noch nicht so weit da. Hier. Mann, da. Eben hatte ich ihn, oder? Da. Es kommt näher. Danke. Sehr gut. Die sind so eklig. Ich will auch keine Munition, er hat so viel verschwenden. War ich auch nicht mehr viel langsam. Vor allem beschwert. Du hast noch so viel, da ist auch eins, ne? Ich hab mich nicht beschwert. Es kommt näher. Okay, ganz kurz. Das ist jetzt hinter der Tür noch, ne? Kommt gleich. Kommt gleich. Womst du bist du genau? Rechts von mir, ne? Ja, ich bin da in der Ecke. Jetzt hat es dich gesehen. Jetzt ist rot. Es kommt näher. Kommt zur Tür rein? Jetzt, oder? Jetzt. Sehr gut. Auf dem Boden liegt's. Wieder oben. Ich bin trocken. Hör. Jetzt ist wieder Druck. Ja. Warte, bis du wieder... Es kommt näher. ...und die Ecke kommt. Ja, schieß. Sehr gut. Jetzt ist zurück. Noch zwei Schuss. Es kommt näher. Ja, sehr gut. Ist... Kannst du hier mal leuchten? Ah, da ist eine Truhe. Guck. Ach, Brecheisen. Naja. Habe ich das letzte Mal übersehen? Weiß nicht, vielleicht mache ich auch jetzt mal. Ich habe noch einen Schuss in die Pistole. Neun Schuss in das Automatikgewehr. Das ist alles nicht so wahnsinnig viel. Wir müssen Munition finden. Ich muss mir ein bisschen leuchten. Ich sehe hier nämlich gar nichts irgendwie. Und da wollen wir zuerst nochmal hochgehen. Aber wir müssen jetzt gerade schon hier unten sind. Es ist ja auch wurscht. Nachweis halt erstmal hier unten. Hier geht's. Wo geht's nach hinten hin? Das ist die Treppe nämlich hoch wieder. Ja. Und hier. Auch unten. Da ist ein Feind. Hier oben. Wo? Da, wo ich bin, bei der Treppe. Wollen wir erst die Treppe hochgehen, oder wie? Ich wollte jetzt nur mal kurz den Weg von oben nach unten. Was denn für ein Feind? Da kennt man ja. Es kommt näher. Ist das da direkt hinter der Wand, oder ist das hier vorne direkt? Es ist hier vorne. Ich kann ja mal ein bisschen nach oben gehen und gucken. Aber es hört sich so an, als wäre es da. Als wäre es da einfach. Weiter rechts. Soll ich mal meinen Stein? Ich habe nichts getroffen, wie immer. Nee. Jetzt hat er uns. Weiter rechts. Hier. Ja, ich weiß nicht. Ja, perfekt. Ich bin rechts. Perfekt. Jetzt ist es hier. Pass auf. Weiter links. Hat es mitgang gleich. Keine Munition mehr. Wo ist es denn jetzt? Ja, vor dir. Aber ich stoppe dann sofort. Okay, dann stoppe man davon nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich mit dem Messer irgendwas machen. Ich dachte, ich habe so wenig Munition hier noch. Okay. Also ich dachte, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen was mit dem Messer. Gehe ich mal näher ran. Aber näher rangehen ist keine gute Idee. Nein. Boah, die sind ja fies, die Viecher. Die sehen nicht wirklich aus. Die sind auch echt tödlich. Okay, hier. Da ist bis heute runtergefallen. Ja, ich gehe jetzt da nicht nochmal so. Fall mal nicht runter. Du musst schon da lang gehen. Wieso? Ich kann auch da drüber gehen. Ach so. Ja. Na gut. Da gehen wir jetzt auch von oben, glaube ich, nur, oder? Ne, jetzt sind wir wieder draußen, ne? Die Munition habe ich denn. 19, 20. Was haben wir denn unten gefunden? Was wichtig ist? Ne, ne? Ich weiß es nicht. Wir sind ja nicht weit gekommen. Wir haben auch nichts Wichtiges gefunden. Wir haben nur Munition verballert. Wir müssen jetzt da nicht mehr reingehen. Wir haben nur Munition verballert. Ich hatte kaum noch Schuss am Ende. Und wir haben nichts Wichtiges gefunden. Ja, weiß man ja nicht. Wir sind ja nicht weit gekommen in dem ganzen Gebäude. Ja, ich würde mich auch nicht mehr. Ja, tu, was du willst. Ich bin hier die, die sich nicht wehren kann, möchte ich nur mal sagen. Deswegen, ja. Sonst auf mich hören. Das ist doch scheiße da unten. Ja, weiß man ja nicht, was man da findet. Ja, aber wir haben gar nicht gar nicht viel Munition. Martin, sei kein Baby jetzt. Ja, es geht auch um die Munition. Wir müssen ja irgendwie... Das ist nicht hilfreich. Wir haben doch gar nicht viel Munition. Ja, aber wir wissen ja nicht, was man da unten findet. Ja, aber dann finden wir fünf Schuss und haben 20 verschossen. Ja, und was ist, wenn wir was verpassen? Ja, was ist denn verpassen? Unseren Tod verpassen wir vielleicht. Ja, das sagst du immer und dann finden wir irgendwas Tolles. Sag ich immer. Vor allem. Das ist ja nicht umsonst, dass man da rein kann. Ja, man kann da doof runterfallen, wenn man nicht aufpasst. Ja, dann gehen wir halt weiter, aber bitte. Wir gucken erst mal, was da hinten ist. Scheißt ihn dann alle zusammen. So was nervig ist hier. Wenn wir nicht so viel Schuss haben, wir müssen ja auch... Du bist... Weiß ich nicht. Wenn wir mehr Schuss hätten... Der sagt, ich hab so viel Munition. Ja, vorhin hatte ich die und irgendwann ist die leider alle. Ich war echt, ey. Ich hab gar keine Munition mehr. Ja, schön für dich. Ich auch nicht, weißt du. Ich überlebe auch. Ja, weil ich alles kaputt schieße. Da kannst du ja reinschießen. Mach mal was Sinnvolles. Weil ich alles kaputt schieße, deswegen. Ist das auch ein Emblem? Es kann auch sein, dass das jetzt die sind, die wir schon mal gefunden haben. Ach, das sind die dann nochmal? Ah! Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Das lag doch da schon mal. Das kann sein, dass wir die Embleme, wenn wir die schon mal zerschossen haben mit den anderen, dass sie nicht doppelt gezählt werden. Das haben wir schon mal gesehen da an der Stelle unter der Treppe, oder? Ja, das stimmt. Und dann zerspringt das zwar trotzdem, aber dann könnten sie die auch gerade mal wegtun. Aber du hast recht. Ja, dann können wir die das bestimmt beim Balkon kaputt machen. Bestimmt, ja. Ja. Wenn du nicht drüber bist. Aber das ist ja voll gemein, dass die nochmal anzeigt. Und dann weißt du nicht genau, worum es am Anfang nicht geht. Dass es die sind, die man schon mal hatte. Wir haben was vergessen. Wir müssen wieder zurück. Du bist falsch. Du bist falsch. Wir haben noch gar nicht geguckt, was... Ach doch, das haben wir schon geguckt. Hier habe ich Moira getroffen. Ich habe mir jetzt eh nichts zum Benutzen, oder? Übrig. Ich glaube, ich habe nichts gefunden. Vielleicht hätte ich da unten etwas gefunden. Gut, legen wir einen Zahn zu. Kann ich ganz gut ignorieren, glaube ich. Merk's schon. Ach, da kann man doch überall reingucken. Warte, ich gucke mal... Hier war nochmal irgendwas für kleine Hände. In dem Teil... Das erinnere ich mich noch. Das war irgendwo mal... Das haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Ich glaube auch, ja. Mal ganz kurz, ob ich das so schnell weggemacht habe. Ja genau, mit dem Minus in den Arbeitsplatz. Okay. Ich kann hier durch jedenfalls mal. Hast du das gehört? Wer ist da? Nicht so laut. Kannst du dich aufmachen? Ja, jetzt. Stress nicht. Ich vermag nicht, weil die Grenzen sind. Wir haben da drüben noch gar nicht geguckt. Wir können jetzt ja weitermachen noch. Hier, eine Kiste für dich. Hm? Wo? Ach, hier. Super. Genau, an die erinnere ich mich noch. Ansonsten ist hier nix. Gucke ich mal hier hinten weiter. Da geht es auf jeden Fall weiter nachher. Hier hat er jetzt nämlich auch eine Bohrmaschine. Hier hat der Aufzug, der jetzt kaputt ist. Stinkende Chemikalie habe ich gefunden. Lecker, hier braucht man eine Bohrmaschine. Teilebox. Die kann ich gleich mal verenden. Hinten war ja gleich. Stimmt. Lauf mir beim Stern hier rum. Kapazitätsstufe 2. So wenig Schuss, das mag ich nicht. Ach, da ist das mit der Bohrmaschine hier. Da kommt man ja... Ach, ich könnte... Könnte man da rein. Ach, drück mal A. Das macht passiv denn da. Irgendwann so A drücken. Hört sich nicht. Ich muss einen anderen Weg finden. Kannst du reinkriechen? Nee, ne? Nee. Das ist jetzt rausgekommen, wenn ich A drücke. Da müssen wir schon da rüben hin, wo ich unten rein bin. Ja. Da konnten wir mit Moria dauern uns auch nicht lang. Das stimmt, weil ich... Oben zum Aufzug, dann hoffentlich verpassen wir es mit dem Balkon nicht. Ich finde das cool, dass... Es kommt näher! Feind. Ach, fuck. Ich finde cool, dass wir jetzt hier das mal angucken dürfen. Also, wo ist denn? Da ist noch eins drüber hier. Ach, so. Ich mag die Unsichtbaren halt nicht. Du bist ja verletzt, ne? Aber das ist so ein Flattervieh, ne? Wo ist denn hier? Kommt schon was? Das macht so komische Geräusche, Alter. Ah! Da sind auch welche. Ah, es flattert auch in der Nähe. Nee, nee, da ist nichts. Man hört das. Eklig. Ja, ja, ich höre es auch. Ich hasse das. Mag ich nicht. Da ist eine Tür. Da ist was dahinter. Ich muss jetzt mal hier in den Stock wegkommen. Hier ist etwas. Hier ist nichts. Kannst du reingehen. Leucht mal bitte kurz. Danke. Hier. Ist nichts. Okay, danke. Ich bleibe in der Zwischenzeit mal so, weil dann kann ich es hören, wenn etwas kommt. Ich bin gespannt hier. Ah, das kennen wir noch nicht. Aufzeichnung eines Einwohners. Dein Vater ist nicht mehr heimgekehrt, seit er zum Turm gegangen ist. Ich habe auf ihn zu warten versucht, aber ich halte es nicht mehr aus. Ich habe mich aufgemacht, ihn zu suchen. Ich fühle mich recht ängstlich, aber alle dort waren sehr nett zu mir. Sie sagten mir, etwas Schlimmes gehe um und sie gaben mir eine Impfung und diesen Armreif, der mich beschützen würde, wie sie sagten. Es ist so groß und wundersam. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Natürlich ist es für sie wahrscheinlich keine große Sache. Sie hat unsere Insel gerettet. Ich fange an zu glauben, dass sie zu allem fähig ist. Ich bedauere je, an ihr gezweifelt zu haben. Es ist wohl nichts, aber mir ist etwas schwindelig. Vielleicht ist es auch nur der Stress. Oh, und ich habe endlich deinen Vater gefunden. Nun zumindest einen Teil von ihm. Ich wusste schon immer, dass er einen guten Kopf hatte. Jetzt das Einzige, was von ihm noch übrig ist. So kann ich ihn doch nicht heimbringen. Dieser Armreif macht seltsame Geräusche. Das ist ein bisschen störend. Aber mach dir keine Sorgen. Ich finde schon den Rest von deinem Vater. Und dann kommen wir heim. Du musst so hungrig sein. Oh, du musst so hungrig sein. Aber nicht ganz sauber geworden. Kleines Mädchen. Ah, da hat was gefunkelt. Ja. Stimmt übrigens, das ist gut. Ja. Das habe ich aber jetzt nur gesehen, was so gefunkelt hat hier. Magst du nicht noch mal ein bisschen kurz durchschwenken? Vielleicht finde ich dann mal wieder ein bisschen mehr. Okay. Danke. Alles gesehen. Oh, 52 Schuss passen jetzt da rein. Cool. So. Jetzt hier links war nichts mehr. Jetzt mal das. Ich gucke jetzt nur mal hier kurz. Da ist Blut. Da ist eine Kiste. Oh Gott, ich kann hier durch. Wahrscheinlich muss ich da jetzt allein zu den Monstern rein. Hast du es gehört? Ja. Was ist da drüben? Kann das kaputt machen? Nee. Probier mal die Türen. Wenn die Türen nicht aufgehen, dann muss ich da wahrscheinlich durch. Die Tür hier vorne meinst du? Ja. Sei vorsichtig, da ist ein Gegner dahinter, ne? Hinter der Tür? Ja. Das ist doch ganz schön komisch. Ich kann hier nämlich rein. Oh, ganz kurz. Weil wenn die nicht aufgehen, muss ich da nämlich rein. Die sind mehr hergekommen, genau. Soll ich jetzt mal probieren, ob die aufgeht? Ja. Duck dich. Wann, ich probiere noch die andere Tür? Die geht auf. Jetzt weiß ich aber nicht, was hier ist, weil du nicht da bist. Da ist nichts, glaube ich. Aber du kannst was mitnehmen, was schön ist. Alkohol. Ich muss da also jetzt alleine rein zu diesen Viechern. Dann sollte ich basteln ein bisschen was zusammen. Rauchflasche. Hast du eine geworfen vorhin mal? Ja. Okay. Kann ich mitbekommen. Leere Flasche. Lockt Gegner, eine Köderflasche. Das ist gar nicht schlecht. Brauche ich mal eine Köderflasche. Soll ich da jetzt mal rein, oder? Da ist nämlich ein Gegner drin. Das weiß ich jetzt schon. Gut, ich gehe da mal rein. Ich werde schon nicht so schnell sterben. Oh Gott, dass du schnell die Tür aufmachst. Wo ist denn die Fack-Tür jetzt? Rechts von dir. Siehst du, da wo ich bin? Ich stehe direkt an der Tür. Die Tür, ja. Okay. Großer Scheißvieh. Da. Es kommt näher! Direkt vor den Christen. Ja, ich gehe mal. Ja, richtig, richtig so. Rechts. Rechts. Genau, Boden. Wieder oben. Sehr gut. Boah, sind die fies, ey. Keins mehr. Da oben ist ein Emblem. Sehr gut. Eins liegt auf jeden Fall auf dem Balkon, das wissen wir. Das holen wir uns auch noch. Wie viele haben wir jetzt schon? Sieben von neun haben wir jetzt. Sieben von neun. Super. Da ist was. Rauchpulver habe ich mitgenommen. Das kannst kaputt machen, oder? Kann ich auch. Kannst du auch. Wenn ich einen Stein habe, zumindest. Dann, ja. Leuchte mal noch ein bisschen nur rum. Ob hier nicht noch irgendwo was funkelt. Ich fahre gerade nochmal zwei, drei. Du hast einmal Rauchpulver. Kann ja leere Flasche. Okay, passt. Hier funkelt sonst nichts mehr, oder? Ich seh's hier gerade nicht. Es geht noch ein Stein. Weil dann funkelt echt wenig nur mehr. Ich nehm jetzt den anderen Stein. Der hält mehr aus aus der Stein. Der ist besser. Okay. Dann geht's eine Etage höher. Dann geht's eine Etage höher, ja. Ich glaube, wir sind noch Gegner. Das ist ja noch ein Viech, oder? Das hört's schon. Ich bin schon mal... Ich lauf nicht so schnell. Das hört dich nämlich sonst. Ich freue mich ja nie. Wo ist das? Wo ist das? Da. Das Monster kommt! Da oben. Kommt auch runter, oder? Noch nicht. Es hat uns noch nicht gesehen. Barry! Wir sind nah! Dann gehen wir zurück. Dann gehen wir die Treppe runter. Jetzt hast du getroffen. Jetzt kommt die Treppe runter, dass wir hier warten auf dem Trepp. Und sonst kann ich es nämlich ganz gut... Wenn es hier runterkommt, kann ich es nämlich ganz gut treffen. Da oben ist es. Okay, ja. Siehst du? Jetzt hat er bis zum Jett gekommen. Warte, bleib mal hier. Bleib mal da. Bleib mal da, wo du jetzt bist. Ich gehe nur hinter dir jetzt. So, da ist es jetzt. Genau. Jetzt auf dem Boden. Nicht getroffen. Steht wieder ein bisschen. Sehr gut. Ja, hier kann man es gut sehen. Jetzt gerade der Winkel. Perfekt. Die sind echt fies. Eklig. Diese Todes-Animation war eklig, ne? Ja, und diese ganzen Brille. Und dann die ganzen Kakerlaken rauskommen. Ekelhaft. Ist da was drin? Was? Wenn du reinguckst, ist das hier? Drei. Dritter Stock sind wir jetzt. Okay. Das ist eine Viechernähe. Aber die bemerkt man ja zum Glück immer noch, dadurch, dass die Sicht so eklig wird. Nichts da. Vierter Stock, okay. Tut mir leid. Tut mir leid. Entschuldigung. Tut mir leid. Hä? Das können sie jetzt nicht. Okay. Und die anderen Seite verschlossen. Das heißt, du musst wahrscheinlich irgendwo durchkriechen. Da ist der Helikopter, du hast es gesehen. Nee. Der steht hier drin. Ah, der abgestürzt ist. Da sind Klopapierrollen. Du möchtest ihn haben, oder was? Nö. Okay. Jetzt brauche ich noch nicht. Ha! Ist aber ohne Licht gesehen. Dach gerade. Endlich mal wieder was gesehen. Ah, hier ist auch was. Was war's? Pistolenmunition. Nimm es dir weg von mir. Ist hier noch was? Ich weiß nicht, was ich da mit X machen kann, aber... Kannst du was machen? Ich glaube, das ist nur ein Stein, der hier liegt. Und ich mitnehmen kann. Ja. Geht's denn hier weiter? Im Kreis gehen. Die Tür ist zu. So am Außen lang, oder was? Hoch geht's ja auch nicht mehr. Weiß ich nicht. Hier irgendwas machen. Stopp! Na, das nenne ich mal ordentliches Einpacken. Jetzt kracht er runter, wenn er da rumpascht. Mhm. Aber jetzt will er sogar. Das war nicht leise. Geht so. Mittel. Mein Steinschuh wieder weg. Draußen, wo ein Emblem ist. Ich will aber jetzt... Ah, der scheiß Balkon. Hier sind Bluttreib. Da kommen wir ja erst mal. Uh. Ich kann hier noch eine Rauchflasche machen. Ich gucke mich noch ein bisschen um hier, ne? Ja, mach das. Ich glaube, hier kann man jetzt da aufmachen, oder? Hier ist der Aufzug, der kaputt war. Und unten. Oh, ist hier dunkel, ne? Hier ist auch nichts mehr. Hier ist zum Tisch. Hier ist der Schwachstelle, ne? Oh, pass auf. Um dir auszuweichen. Das Monster kommt. Okay, sehr schön. Oh, 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 oh. Hast du ihn? Noch nicht. Ah, ah, ah. Bist du in der Nähe von ihm, ne? Ja, ich stehe vor ihm. Ja, weil ich habe... In der Nähe meine ich halt... Ich komme zu dir raus. ...die gefährlich nahe, du bist, dass ich jetzt eine Brandflasche werfen kann, da um den zu. Ich habe ihm auch noch ein Dings draufkaut. Sehr gut. Na! Ich habe ihm einen Stein draufkaut. Ich kann er ihm vorbei erst mal. Au! Oh, das war nicht gut. Was, 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 was? Ich habe mich erwischt, kurz. Lauf mal. Der sieht jetzt gerade nichts, weil es so raucht. Warte, ich haue ihm einen Stein drauf. Ah, fuck. Da muss man mal kurz. Besorg dich kurz. Da ist er. Da steht er, ja. Das Monster kommt. Ja, aber du hast die Schwachstelle entlöst. Er lauft mir gerade hinterher. Komm, komm zu mir, komm zu mir. Dann werfe ich einen Brandbaum da auf ihn. Ich habe gar keinen Stein mehr. Au, ich wollte... Ich bin dann so angerannt. Okay, jetzt aber... Okay, jetzt mal weg. Ich brauche mal einen Stein. Das Monster kommt. Wenn er kommt, äh, ich versuche jetzt mal... Der Pen. Der hält ganz schön was aus. Ist das nicht unser Freund? Der Kettensägen-Typ, den wir nicht kaputt machen konnten. Kann sein. Wenn du nochmal einen Stein triffst und seine Schwachstelle... Auf den Fass. Hab ich noch ausgerichtet. Ich hab's. Ich hab's. Schwachstelle ist im... Pack. Er hat kein... Ich muss erst nachladen. Ich habe ihm einen Stein draufkaut. Sehr schön. Ah! Oh mein Gott. Was ist jetzt? Ich glaube, den können wir nicht put machen. Doch. Ganz sicher ist er. Wir müssen natürlich... Äh, ja, deine Schwachstelle dann alles. Hat er ja vorher doch auch. Au, jetzt hab ich erwischt. Wenn er mir so einen Angriff macht, verfolgt dann. Ich hab ein paar Dings geholt. Wir müssen natürlich nochmal seine Schwachstelle wieder entlösen. Dann muss ich ihn ein paar Mal gut treffen. Ich hab hier eine Tür aufgemacht. Hier ist ein Treppenhaus. Hier kann man raus. Ach, das war die Tür von vorhin. Entschuldigung, passt schon. Wo bist du denn überhaupt? Du wirst du? Ja. Wenn du nochmal triffst. Heißt du gerade seine Schwachstelle entlösen? Ich hab ihm gerade einen Stein draufkaut. Ähm, wegen der wird es gerade nicht besser. Ich versuche wieder einen Stein zu suchen. Stein, Frau, Stein. Ich komm wieder. Du musst tatsächlich an seine Schwachstelle. Ich hab mich auch so auf ihn geschossen. Wo ist er? Ich weiß nicht, wenn er nicht tot ist. Ah, wir haben ihn. Ah, wir haben ihn. Ich kann es nicht mitnehmen. Du musst es mitnehmen. Ah, gut gemacht. Gut gemacht. Ja, ich glaub, es wär schon besser gegangen, aber eins kommt. Kann man hier was aufmachen? Das war doch unser Kumpel hier. Ja? Ja, das war der eine Typ, der... Jetzt haben wir eine Bohrmaschine. Das heißt, wir können aufbohren. Wenn wir zurück im Dorf sind. Wo gab's denn hier noch? War nicht hier unten auch was? Doch, unten. Beim Aufzug. War das nicht ganz oben? Ganz unten beim Aufzug war eins. War eine verbohrte... Oder so eine zugemauerte Tür. Hier liegt... Links hast du mitgenommen? Ein Ziegelstein? Ich hab einen in der Hand. Also das heißt, wir kommen da zum Emblem nicht mehr rüber, oder? Weiß ich ja nicht. Wenn man die andere Tür aufbohrt, war jetzt hier noch irgendwas? Nee, hier ist ja, wie gesagt... Boah, ich bin so erschrocken von dem Typen, ey. Oh mein Gott. Ich hätte öfter ausnutzen müssen, wenn man so eine Schwachstelle sieht. Ich glaub, da hätte ich mehr Schaden machen können. Gab's in den anderen Stockwerken irgendwo nochmal so eine zugemauerte Tür? Ich kann mich nur an die ganz unten erinnern. Gehen über der Aufstubtür. So, hier waren keine. Na, dann gehen wir wieder zum... Ich bin unten im Typenhaus. Ach so. Ich steh hier oben noch. Da bist du vorhin schon rein, ne? Dann hast du die Tür aufgemacht hier. Genau. Haben wir alles schon erledigt. Genau. Das ist die Tür, die ich meinte. Die zugemauerte. Ich komm runter. Genau. In der nächsten Folge schau ich mir mal an. Wenn ich das aufbohre, wo wir da hinkommen. Ich hoffe immer noch, dass wir dann, dass wir ein Plen noch finden. Das wäre mir wichtig. Genau. Also. Also.